Wer spielt den Josef? Und wer die Schafe? Haben wir einen Esel? Ich werde wahnsinnig. Ich dachte, das wird nichts. Aber dann kam ein Punkt, da hatte ich sie. Und sie horchten auf. Alle lachten und da merkte ich, jetzt habe ich den Schlüssel zu ihren Herzen. Ihr seid Schafe, die einen Engel sehen. So was habt ihr noch nie gesehen. Und wenn sie dir ihr Herz öffnen, geben sie dir viel mehr, als du ihnen. Die Schafe stehen.